Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal von VfG Weaponcare. Heute im Studio eine brandneue Waffe von der Firma Hähnl, die Next mit ein paar sehr interessanten technischen Featuren. Vorab wie immer der Hinweis, Waffe ist überprüft, entladen, Sicherheit ist hergestellt. Kurz zum Setup der Waffe, Kaliber 308, Mündungsgewinde für Schalldämpfer, montiert ist ein Zeiss Conquest V6 1,1 bis 6x28 auf einer Dendler-Basis. Um die Waffe zu reinigen, machen wir, wenn möglich, hier die Optik ab, geht sehr leicht, ist eine Dendler. Einmal drehen, Optik zur Seite und dann Schritt 2, machen wir den Verschluss raus. Dazu wird die Waffe hier entriegelt, geöffnet, hier befindet sich ein kleiner Verriegelungsknopf, dieser wird leicht nach innen gedrückt, der Verschluss gedreht und entnommen. Verschluss zur Seite und rein theoretisch und praktisch können wir jetzt beginnen, die Waffe zu reinigen. Ich habe aber ein neues Spielzeug am Start. Und zwar eine Endoskop-Kamera von Titan. Durchmesser, 4 mm, bewegliche Kameraspitze und eine sehr gute Auflösung. Um das Innenleben des Laufes sichtbar zu machen, braucht es hier nur noch ein Telefon und eine App. Ich verbinde die beiden Dinge miteinander und dann gucken wir mal in den Lauf und schauen, was diese Waffe nach 100 Schuss Schießkino mit Schalldämpfern zu bieten hat. Smartphone, Endoskop-Kamera sind verbunden. Das ganze Thema wird jetzt hier über das Patronenlager in den Lauf eingeführt. Und ich bin gespannt, was wir hier sehen. Messing-Abrieb, hier der Übergangskonus und hier diese bewegliche Spitze. Die hat einen richtigen Mehrwert. Man sieht hier, beginnen die Züge um Felder. Hier oben und hier unten. Das ist Tombak-Abrieb. Im ersten Drittel des Laufes ist der Bereich, in dem sich das Geschoss in die Züge um Felder einschneidet. Man sieht das hier sehr, sehr schön. Und dabei natürlich Material verliert. Hier eine sehr schöne Stelle, an der man das sieht. Oben und unten, links, rechts. Diese Ablagerungen. Das müsste jetzt dann weniger werden oder vielleicht sogar ganz aufhören. Hier wird es weniger. Und hier ist eigentlich so gut wie kein Tombak-Abrieb mehr zu sehen. Was wir hier jetzt sehen, im letzten Drittel des Laufes, sind diese schwarzen Ablagerungen. Nicht abgebrannte Nitrocellulose. Nennen wir Schmauch. Das ist ein Thema, was bei Verwendung mit Schalldämpfern nochmal extra zurück aus dem Schalldämpfer, zurück in den Lauf geblasen wird. Und hier im vorderen Drittel, wie man sehr schön sieht, keine Tombak-Ablagerungen mehr. Nichts mehr, das Geschoss hat alles am Material. Schon im ersten Drittel des Laufs verloren. Ja, liebe Zuschauer. So sieht es aus. Jetzt machen wir die Waffe mal sauber. Dazu verwenden wir unsere Utensilien. Die Endoskop-Kamera wieder raus. Und wenn wir die Waffe gereinigt haben, so wie ich denke, dass sie wirklich sauber ist, dann ziehen wir die Kamera nochmal ein und schauen, wie der Lauf im Nachgang aussieht. Okay, Zeit sich um den Lauf zu kümmern. Dazu nehme ich unser VfG Firearm Pocket Set. Das ist ein schöner Beweis, wie leistungsstark dieses Pocket Set ist und wie einfach es im Handling ist. Weiterhin unsere VfG Comfort Reiniger Kaliber 7,5. VfG Intensivreiniger ebenfalls Kaliber 7,5. Waffenöl eures Vertrauens. Und los geht's. Schritt 1. Firearm Pocket Set. Ich stelle es nochmal ganz kurz vor. Gemantelte Stahlseil, Temperaturbeständig, Aluminium, Einfädelspitze. Und hier der VfG Adapter mit einer Rändelmutter. Was ist zu tun? Schritt 1. Rändelmutter vorne ab. Brauchen wir in diesem Fall nicht. Wir beginnen mit einem VfG Comfort Reiniger. Durchmesser 7,5 mm. Der wird aufgeschraubt. Waffenreinigungsöl drauf. Und vom Patronenlager in Schussrichtung in die Waffe einziehen. Und durchziehen. Nach diesem Öleintrag, liebe Zuschauer, gebt dem Öl Zeit zu arbeiten. Lasst es wirken. Herstellerangabe beachten. 5-10 Minuten. Geht einen Kaffee trinken. Einfach arbeiten lassen die ganze Sache. Und mal zurücklehnen. So hat das Öl die Schaß. Diese Ablagerungen, die wir gesehen haben über die Kamera. Ein bisschen einzuweichen. Ein bisschen weicher zu machen. Ich tue mich dann einfach leichter in der Reinigung. Und kriege wirklich alles raus. Ich gebe ihm diese Zeit. Hier sind es glaube ich 8 Minuten, 10 Minuten. Ich lasse 10 Minuten drin stehen. Und dann machen wir weiter. Die erste Einwegzeit ist rum. Guckt mir hier auf den ersten Filz. Ich denke, hier bringen wir was raus. Diesen Filz machen wir jetzt ab. Und ich ziehe zwei Intensivreiniger drauf, die ich auch mit der Rändelmutter sichere. Also. Ab dem Filz. Zur Seite damit. VFG Intensivreiniger. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, was einen Intensivreiniger zum Intensivreiniger macht. Es sind diese verbauten Messingfasern. Am Ende des Tages ist es ein Komfortreiniger, der mit ganz feinen Messingfasern nochmal durcharbeitet ist. Und diese Messingfasern greifen wirklich Kaliber genau in die Züge und Felder rein. Da, wo wir die Ablagerungen drin haben. Nicht die breiten Flächen, sondern hier diese ganz engen Kanten. In denen haben wir die Ablagerungen. Haben wir ja gesehen über die Kamera wunderbar. Und die wollen wir raus haben. Also, zwei Intensivreiniger. Einer wird geschraubt, der zweite wird gesteckt. Und damit der auch hier bleibt, wo er sein soll, wird das Ganze mit der Rändelmutter gesichert. So sieht die ganze Sache aus. Tropfen Öl drauf. Das minimiert den Zugwiderstand. Und dann das Firearm Pocket Set in Schussrichtung, übers Patronenlager, in den Lauf einfädeln und nach vorne durchziehen. Ihr werdet hier merken, dass wir hier in dem Bereich, wo sich die Ablagerungen befinden, ein relativ strenges, ruckeliges Ziehen haben. In der Mitte geht das Ganze wieder sehr, sehr weich. Und hinten im letzten Drittel wieder einigermaßen ruppig. Das ist beim ersten Mal durchziehen sehr gut zu merken. Vielleicht hört man es auch. Ab und an quietscht die ganze Sache. Ich glaube, ihr habt es gehört. Zumindest habt ihr es gesehen. Das Ganze ruckelt. Und hier mit dem ersten Mal durchziehen nach der Einwirkzeit mit den Intensivreinigern. Und diese werden jetzt nicht getauscht. Die sind zu betrachten wie eine Bürste. Ihr zieht diese Intensivreiniger jetzt so lange durch, bis sich das Ganze gleichmäßig und sauber ziehen lässt. Ohne hier was zu wechseln. Was jetzt passiert ist, dass die Intensivreiniger diese Ablagerungen, die durchs Öl schon leicht angelöst sind, aufrauen. Und das Ganze geht, ihr seht sehr schnell, um das mit dem Putschstock zu machen, würde ich erheblich länger brauchen. Hier muss ich ein falsches Schloss verwenden, hier brauche ich einen Wischlängenstopp, brauche ich hier bei dem Firearm Pocket Set alles nicht. Und grandios, ich habe es immer dabei. Wenn ihr das nämlich nach dem Ansitz oder aber nach dem Kontrollschießen auf dem Schießstand mit einem Filz einmal durchzieht, habt ihr schon sehr viel an Ablagerungen aus dem Lauf befördert. Und eine intensive Reinigung, so wie ich das jetzt hier mache, wird erheblich schneller gehen. Aber schaut mal, ich habe nicht mitgezählt, aber es zieht sich schon sehr gleichmäßig. Kein Ruckeln mehr, geht gleichmäßig durch. Ich würde mir sagen, den ersten Schwung Ablagerungen haben wir raus. Als nächstes, die Rändelmutter vorne ab, beide Intensivreiniger ab. Und ihr könnt jetzt gerne den ersten Filz nochmal verwenden. Den ersten Filz darum nochmal, weil wir jetzt nochmal Öl in die Waffe eintragen wollen, um auf diese nun aufgerauten, angerissenen Oberflächen, diese Oberflächen, die durch den Intensivreiniger aufgemacht wurden, nochmal Öl einzubringen und nochmal einwirken zu lassen. Jetzt hat das Öl die Möglichkeit, über, man nennt es Kapillareffekt, aber ich will jetzt nicht klugscheißen, durch die Ablagerungen einzusickern, bis auf den Stahl der Waffe durch, bis ganz nach unten. Und dann ziehen wir das mit dem Komfortreiniger komplett final dann raus. Also nochmal Öl rein. Einwirken lassen. Zeit für Kaffee Nummer 2. Liebe Zuschauer, während wir die zweite Einwirkzeit abwarten, können wir uns ein bisschen über die Waffe an und für sich unterhalten. Was hat sie denn? Was kann sie denn? Wie kommen sie denn ums Eck? Verriegeltes Magazin. Kunststoff. Echte 5 Schuss. Plus einer im Lauf für eine Drückeakt 6 Schuss mit an Bord. Relativ coole Sache. Ist schon mal nicht so schlecht. Haben aber andere auch. Aber was hat hier Hähnel an Innovation gebracht? Zum einen ist der Verschluss ganz interessant, den mal genauer zu betrachten. Wir haben hier hinten einen sogenannten Kegelantrieb. Kegelantriebe sind konzipiert, um mit relativ wenig Kraftaufwand sehr, sehr viel Kraft und Hebelwirkung übertragen zu können. Was aber auch nötig ist, denn über diesen Kammerstängel hier wird zum einen vorne die Waffe mit drei Verriegelungswarzen im Lauf verriegelt. Zum anderen dient dieser Kammerstängel als Handspannung und bedient über diesen Antrieb hier einen Zwangsauswurf. Also eine mechanische Unterstützung, die beim Öffnen der Waffe den Schützen unterstützt. Machen wir den Verschluss mal rein und schauen, was es mit diesen Hebeln hier hinten hat. Leicht versetzt in den Lauf, kippen und drinnen ist er. Hier hinten haben wir drei Positionen. Nach rechts, hier haben wir eine Wippe. Diese Wippe dient nur, um die Waffe zu entladen. In der Mittelstellung, in der roten Stellung, kann die Waffe nicht geöffnet werden oder im ungespannten Zustand. Kann die Waffe nicht geöffnet werden, sie kann aber gespannt werden. und gespannt wird sie hier über den Kammerstängel. Kammerstängel nach vorne drücken, Waffe gespannt. Kammerstängel nach hinten, Waffe entspannt. Waffe lässt sich aber nicht öffnen. Ist die Waffe gespannt und wird abgeschlagen. Lässt sie sich in diesem Zustand repetieren. Waffe geschlossen, nicht gespannt, wieder gespannt, entspannt. Und hier haben wir eine dritte Position. Hier geht nichts mehr. Hier geht kein Öffnen, kein Spannen, kein Abschlagen, kein gar nichts. Am Ende des Tages reden wir hier von der klassischen Dreistellungssicherung vom 98er. Gesichert, entsichert, Mittelstellung, gesichert, öffnenbar. Coole Sache. Was mir hier sehr gut gefällt an der Waffe ist die Spannung. Es ist wirklich einfach, hier über den Hebel die Waffe zu spannen. Es ist hier auch nichts vorgespannt. Die Waffe ist auch einfach wieder zu entspannen. Könnte ein Thema sein für Frauen, für Damen, für Jägerinnen, die ab und an mal über Handspanner oben hier, die mit dem Daumen gespannt werden, Probleme haben. Denn so einfach geht die ganze Sache auch nicht. Aber die Wartezeit fürs Öl sollte jetzt vorbei sein. Wir nehmen den Kammerstängel wieder raus, entriegeln, öffnen, Knöpfchen wieder drücken hier, Kammerstängel reich drehen und nach hinten rausziehen. Den machen wir weg. Wir machen weiter mit der Reinigung. Firearm Pocket Set. Hier ist noch der Filz drauf vom zweiten Ölein, Eintrag. Den machen wir ab. Der hat seine Schuldigkeit getan und ab jetzt saubere, trockene Filze 7,5 mm durchs Patronenlager, zur Mündung und nach vorne rausziehen. Diesen Filz mache ich jetzt ab und verwende nur noch saubere, trockene Filze. Jetzt können wir nämlich die Ablagerungen, die im Lauf sind, nach vorne ausschieben. Und das war eine ganze Menge, habt ihr gesehen, was da vorne drin war. Im ersten Drittel Tombak, im zweiten Drittel eigentlich nichts und im letzten Drittel Schmauch, nicht abgebrannte Nitrocellulose und ja, natürlich wird über den Schalldämpfer Schmauch zurück in Lauf geblasen. Das Nachteil von einem Schalldämpfer ist aber nicht wirklich kritisch. Ich mache das Ganze so lange, bis der letzte Filz sauber rauskommt. Wir sehen hier, wir waren sehr, sehr effektiv. Aktuell haben wir einen Komfortreiniger gebraucht, um Öl einzutragen, zwei Intensivreiniger, um das anzulösen und wir sind jetzt bei vier, Filz Nummer fünf und wir kommen langsam in diese Richtung, wo wir hinwollen. Wir sehen die Züge und Felder und wenn wir diese nicht mehr sehen, sich diese nicht mehr abbilden, sind wir mit der Reinigung ziemlich durch. Dann haben wir nämlich das raus, was sich abgelagert hat. Aber ich bin unheimlich gespannt, was uns die Kamera dann sagt. Ich gebe ihm noch zwei Stück und dann lasse ich es aber gut sein. Ja. 100 Schuss. Wie viele Filze haben wir gebraucht? Eine, um Öl einzutragen, zwei Intensivreiniger, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Komfortreiniger und ich würde sagen, der Lauf ist sauber. Ob er es wirklich ist, wird uns jetzt die Laufkamera sagen. Liebe Zuschauer, Stunde der Wahrheit, nach der Reinigung mit dem Firearm Pocket Set, den Intensivreiniger und den Komfortreiniger. Wir schauen uns den Lauf jetzt an. Ausgesehen hat er verheerend, jetzt gucken wir mal, wie sich das ganze Thema jetzt darstellt. Aber, wenn ich hier gucke, schauen die Züge und Felder sehr clean aus. Alles an Messingabrieb haben wir hier rausgezogen. hier ist noch eine ganz kleine Ecke, was man aber sicher über drei Mal mehr durchziehen erledigen kann. Stellt sich super dar. Es sind hier keine Ablagerungen mehr zu sehen. Liebe Zuschauer, ich würde sagen, der Lauf ist sauber. Die Endoskopkamera hat es bewiesen und das Ganze mit dem Firearm Pocket Set, einfacher, schneller, kann man eine Waffe nicht sauber machen. Würde ich behaben. Wir kümmern uns noch kurz um die Konservierung der Waffe von außen. Hier ist weniger wieder mehr. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Von der Menge her, kurzer Sprühnebel, Waffee einmal hier durchziehen und diese feinen Tropfen, dieser Nebel, der hier drauf ist, mit einem Tuch gleichmäßig auf der Waffe verteilen. Für eine gute Konservierung ist das mehr wie ausreichend. Liebe Zuschauer, Fazit, mein Eindruck, von der Hähnel Next. Mündungsgewinde, abnehmbare Visierung, ident zur Helix, Montagesystem unten, ident zur Helix, warum auch nicht? Hähnel und Merkel haben dieselbe Eingangstür. Ansonsten von der Technik her, einwandfreier Schlossgang, das läuft wirklich sauber, wirkt sehr solide, sehr stabil. mir gefällt die Bedienbarkeit, was auf alle Fälle gewöhnungsbedürftig ist, ist die Thematik des Spannens über den Kammerstänger. Hier ist zu beachten, nach Schussauslösung, Repedierung und Schließen, ist die Waffe nicht gespannt. Ich muss sie hier noch mal nachspannen, um weiteren Schuss auslösen zu können. Das aber ist sicher eine Frage des Trainings. Mir gefällt sie gut, preislich ist sie wohl lukrativ. Ich habe gehört, sie wird unter 2.000 Euro kosten. Genauer das wissen wir, wenn sie auf dem Markt ist. Liebe Zuschauer, das war es mit der Hähnel Next und mit dieser Folge. Ich hatte einen heiligen Spaß, wenn es euch gefallen hat. Liken, teilen, Abo nicht vergessen. Bis dahin, bleibt sauber, euer Andi von VfG Weppenker. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.